Das schmeckt ja gar nicht nach Erdbeere, beklagte ein Kind, das gerade eine frische Erdbeere gebissen hat. Das Problem war aber nicht die Frucht, sondern dieses Kind hat sich so an das künstlich hergestellte Erdbeeraroma aus dem Joghurt gewöhnt, dass es meinte, eine echte Erdbeere schmeckt nicht, wie Erdbeeren schmecken sollten. Tatsächlich warnen Lebensmittelforscher schon seit längerem, dass unser Geschmackssinn durch falschen Konsum umgewöhnt und verdorben werden kann. Aber nicht nur künstliche oder natürliche Aromen beeinflussen den Geschmack. Manchmal gibt es auch Geschmäcker, die erinnern uns an Gefühle oder an Situationen. Ihr kennt vielleicht diese vielen Frucht- und Kräutertees, die versprechen laut Verpackung. Eine erstaunliche Erfahrung. Sie heißen zum Beispiel Finde Frieden oder Ruhige Seele oder Gelassenheit und inneren Frieden. Wie schmeckt denn Frieden? Mehr nach Kümmel-Anis oder doch Hagebutte-Brennessel? In unserem heutigen Predigtext geht es jedoch tatsächlich um den Geschmack des Friedens. Josef, er wurde von seinen Brüdern vor über 20 Jahren grausam als Sklave verkauft. Sie haben ihn gehasst. Sie haben ihn beneidet. Sie wollten ihn loswerden. Doch Gott hat ihn nach Jahren des Leids und der Sklaverei zum Vizeregenten über ganz Ägypten gesetzt. Und das, als eine schlimme Hungersnot drohte. Und diese kam dann auch. Und Josefs Brüder litten unter dieser Trockenheit und Missernte. Also zogen sie nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Josef war verantwortlich für den Getreideverkauf und er erkannte seine Brüder sofort, als sie ankamen. Doch sie konnten ihn in seinem ägyptischen Aufzug natürlich nicht wiedererkennen. Und Josef testet sie. Er will sehen, ob sie noch immer die gleichen hasserfüllten, verantwortungslosen, lügnerischen Männer sind wie früher. Oder ob Gott an ihnen gearbeitet hat. Ob Gott etwas verändert hat. Josef, er behielt Simeon, den zweitältesten, im Gewahrsam und verlangte von ihnen, den jüngsten Bruder Benjamin zu bringen. Und nach schwierigen Verhandlungen mit Jakob, dem Vater, brechen die Brüder nun mit Benjamin wieder auf und hoffen, endlich noch mehr Getreide kaufen zu können. Denn die Vorratskammern sind restlos aufgebraucht. Doch sie wissen nicht, was sie erwartet. Wie der ägyptische Herrscher, der eigentlich Josef, ihr verkaufter Bruder ist, wie er auf sie reagieren wird. Josef ergibt sich noch nicht zu erkennen. Aber er macht etwas Interessantes. Er lässt seine Brüder einmal schmecken, wie sich Frieden anfühlt. Er prüft, ob sie in all ihrem Hass und Neid, ihrer Selbstsucht und ihrem Stolz noch einen Geschmack haben, wie Versöhnung aussieht. Was Frieden bedeutet. Und darum schlagt doch mit mir auf, 1. Mose, Kapitel 43. 1. Mose, Kapitel 43. Und wir lesen abschnittweise von Vers 15 bis zum Ende des Kapitels, Vers 34. Als erstes Störung des Friedens. Hier lesen wir von Vers 15 bis 22. Da nahmen die Männer, das sind die Brüder Josefs, dieses Geschenk und nahmen doppeltes Geld in ihre Hand und Benjamin und machten sich auf und zogen nach Ägypten hinab und sie traten vor Josef. Als Josef den Benjamin bei ihnen sah, sagte er zu dem, der über sein Haus war, führe die Männer ins Haus und schlachte Schlachtvieh und richte zu, denn die Männer sollen mit mir zu Mittag essen. Und der Mann tat, wie Josef gesagt hatte, und der Mann führte die Männer in Josefs Haus. Da fürchteten sich die Männer, dass sie in Josefs Haus geführt wurden und sagten, um des Geldes willen, das am Anfang wieder in unsere Säcke gekommen ist, werden wir hineingebracht. Man will über uns herstürzen und über uns herfallen und uns als Sklaven nehmen, samt unseren Eseln. Und sie traten zu dem Mann, der über Josefs Haus war und redeten zu ihm am Eingang des Hauses und sie sagten, bitte, mein Herr, wir sind am Anfang wirklich nur herabgekommen, um Nahrung zu kaufen. Es geschah aber, als wir in die Herberge kamen und unsere Säcke öffneten siehe, da war das Geld eines jeden oben in seinem Sack, unser Geld nach seinem Gewicht. Das haben wir in unserer Hand zurückgebracht. Auch anderes Geld haben wir in unserer Hand hergebracht, um Nahrungsmittel zu kaufen. Wir wissen nicht, wer unser Geld in unsere Säcke gelegt hat. Frieden. Frieden bedeutet, vollkommen geschützt zu sein. Das deutsche Wort Frieden kommt sogar von dem Wort Einfrieden. Das bedeutet ein Stück Land mit einem Zaun versehen. Damit gibt es einen Schutz nach außen und eine Einheit, eine Zusammengehörigkeit innerhalb dieser Grenzen. Ein Land, das eingefriedet wurde. Es wurde erklärt als ein Land, das nützlich ist, was man besitzen kann. Und dieser Zaun riegelt ab, was nicht dazu gehört und soll dieses Land schützen. Doch die Brüder, sie sind weit davon entfernt, Frieden zu empfinden. Sie möchten die Angelegenheit schnell abwickeln und zügig wieder abreisen. Sie wollen nach Ägypten, sie wollen Getreide kaufen, sie wollen keinen Ärger, sie wollen möglichst schnell wieder umdrehen und zurück zu ihrem Vater, zurück zu ihrem Zuhause. Doch als Josef sie sieht, da weist er seinem Diener an, die Brüder in sein Haus zu führen. In das geschützte, ummauerte Haus des ägyptischen Herrschers. Und das freut die Brüder überhaupt nicht. Nein, sie geraten geradezu in Panik. Sie wären viel lieber auf dem weiten, unbegrenzten Feld geblieben, als in ein umschlossenes Haus. Warum? Nun, sie wussten, so ein Haus bietet nicht nur Schutz vor äußeren Kräften, es kann auch zu einem Gefängnis werden. Wenn kein Friede im Haus herrscht, dann dienen die Mauer nicht zum Schutz, sondern verhindern die Flucht. Sie wussten, dieser Mann Ägyptens hat große Macht. Er war der höchste Beamte unter dem Pharao. Oh, wie viele Ägypter würden sich wünschen, einmal in dem Haus dieses Mannes essen zu dürfen. Ein großes Privileg. Aber die Brüder waren hier überhaupt nicht glücklich. Dass sie zum Essen in das Haus dieses Mannes eingeladen wurden. Sie dachten, das muss eine Falle sein. Sie schauten vielleicht um sich, wurden noch irgendwelche anderen, die Getreide kaufen wollten, auch irgendwo eingeladen. Wieso nur wir? Da stimmt doch etwas nicht. Und wenn wir in dieses Haus gehen, was erwartet uns da? Dann haben wir keine Möglichkeit mehr zu fliehen. Der Mann hat überhaupt keinen Grund, uns freundlich zu sein. Bei der letzten Begegnung beschuldigte er sie sogar, dass sie Kundschafter seien. Er hat hart zu ihnen geredet. Und jetzt sollen sie in sein Haus gehen. Alle Alarmglocken gehen bei ihnen an. Doch wie kommt es, dass sie so ängstlich sind? So voller Furcht und böser Erwartung. Wie kommt es, dass sie so Angst haben, in dieses Haus zu gehen? Nun, es ist ihr schlechtes Gewissen. Sie wissen, dass sie schuldig sind. Als es bei der ersten Reise nach Ägypten zu Problemen kamen und Josef, dieser Herrscher in Ägypten, so hart zu ihnen redete, da sagten sie zueinander, wir lesen das in Kapitel 42, Für wahr, wir sind schuldbeladen wegen unseres Bruders, dessen Seelenangst wir sahen, als er uns um Gnade anflehte, wir aber nicht hörten. Darum ist diese Not über uns gekommen. Nach 20 Jahren plagt sie immer noch oder endlich wieder dieses schlechte Gewissen. Und sie wissen, Gott straft uns hier für das, was wir unserem Bruder Josef angetan haben. Als sie das Silber, mit dem sie das Getreide bezahlt hatten, wieder in ihren Getreidesäcken fanden, da riefen sie ängstlich aus, was hat Gott uns da angetan? Und nun sind sie wieder in Ägypten. Sie bringen Gewürze und Harze als kleines diplomatisches Geschenk mit, vermutlich roch es sogar, wie so ein Entspannungstee, aber sie waren total nervös. Noch bevor sie zur Tür hineingehen, versuchen sie hastig zu erklären, dass sie das Silber wirklich nicht gestohlen haben, sondern auch nicht wissen, wie es in ihre Säcke kam. Aber sie wollen es wieder gut machen, sie haben doppeltes Geld mitgebracht. Bevor sie irgendwie in dieses Haus gehen, versuchen sie, den Diener von Josef zu überzeugen, dass sie an dieser Sache keine Schuld haben. Sie sind geplagt von einem schlechten Gewissen. Sie fürchten, Gott straft uns. Gott bringt uns hier in eine Situation, aus der wir nicht wieder herauskommen. Sie glauben, man will über uns herstürzen und über uns herfallen und uns als Sklaven nehmen. Wisst ihr, was sie hier befürchten? Wisst ihr, was das ist, wovor sie Angst haben? Dass man mit ihnen genau das Gleiche macht, was sie mit ihrem jüngeren Bruder Josef getan haben. Sie fürchten, die Strafe für ihre Schuld könnte genau das sein, was sie Josef angetan haben. Sie haben ein schlechtes Gewissen und sie fürchten eine gerechte Strafe für ihre Sünden. Sie sind so geplagt durch ihr schlechtes Gewissen, dass sie sich nicht trauen, in das Haus einzutreten. Noch am Eingang versuchen sie irgendwie dem Hausdiener etwas zu erklären. Das Bewusstsein ihrer Schuld hindert sie, die Freundlichkeit und die herzliche Einladung dieses Mannes anzunehmen. Sie haben keinen Frieden vor Gott. Und darum fürchten sie auch in der Welt überall um sich herum Rache, Strafe. Das Gewissen ist eine nützliche Einrichtung im Menschen. Gott hat uns geschaffen mit einem Gewissen und es erinnert uns daran, dass es nicht egal ist, was wir tun oder sagen. Es beunruhigt uns, wenn wir etwas tun, von dem wir wissen, dass es nicht gut ist. Dass es Gott nicht gefällt. Und es gibt uns bei so manchen elektronischen Geräten, gibt es so Störmeldungen. Wenn irgendetwas nicht gelaufen ist, dann wird das abgespeichert. Störmeldung. Hier stimmt etwas nicht. Etwas läuft nicht richtig. Und was machst du, wenn du das Problem nicht lösen kannst? Nun, du ignorierst die Fehler. Du sagst, okay, mach trotzdem weiter. Und das haben Josefs Brüder über 20 Jahre lang versucht. Das Gewissen meldet sich, Störung, hier stimmt etwas nicht, hier läuft etwas falsch. Und sie sagen, komm, Neustart, ich will einfach weitermachen. Über 20 Jahre. Ablenken, ignorieren, verschweigen, wegschieben. Doch echter Frieden, ein gutes Gewissen, es kann durch nichts anderes ersetzt werden. Nicht durch Gewürze und Honig, nicht durch Beruhigungstees oder Entspannungsübungen oder Fluchtpläne. Und es sind oft Zeiten der Anspannung, der Not, der Unsicherheit, wo sich unser Gewissen wieder meldet und ruft, der Fehlerspeicher ist noch nicht gelöscht. Hier ist immer noch eine Störung. Hier läuft etwas nicht, wie es sollte. Du bist schuldig vor Gott. Du bist schuldig vor Gott. Und wenn jetzt alles schief geht, wenn alles so läuft, wie ich es mir nicht erhoffe, dann ist es vielleicht die Strafe Gottes gegen mich. Dann lass mich dich heute ernstlich fragen. Hast du ein gutes Gewissen vor Gott? Oder hindert und stört dein Wissen um all deine Fehler, um all deine Sünden, jeglichen Frieden in dir und um dich herum. So, dass du keine freundliche Geste, keine ernst gemeinte Liebe, kein Geschenk wirklich annehmen kannst, ohne dich zu fürchten. Ist das vielleicht eine Falle? Wird hier etwas von mir verlangt, was ich nicht geben kann? Der Prophet Jesaja, er schreibt, es gibt keinen Frieden für den Gottlosen. Es gibt keinen Frieden für den Gottlosen. Und so sehen wir das hier bei den Brüdern Josefs. Da ist kein Friede, sondern Furcht und Panik und Bewusstsein ihrer Schuld vor Gott, obwohl sie es über 20 Jahre von sich wegschieben wollten. Zweitens, Verkündigung des Friedens. Wir lesen hier in den Versen 23 bis 25. Und er sprach, das ist dieser Diener in dem Haus, Friede euch, fürchtet euch nicht. Euer Gott und der Gott eures Vaters hat euch einen Schatz in eure Säcke gegeben. Euer Geld ist mir zugekommen. Und er führte Simeon zu ihnen heraus und der Mann führte die Männer in Josefs Haus und gab ihnen Wasser und sie wuschten ihre Füße und er gab ihnen ihren Eseln Futter und sie bereiteten das Geschenk zu, bis Josef am Mittag käme, denn sie hatten gehört, dass sie dort essen sollten. Mit all ihrer Not wenden sie sich an den Diener Josefs aber, der sie zu dem Haus geführt hatte. Bevor sie in das Haus gehen, wollen sie ihnen unbedingt die Sache mit dem Geld klären, wenn irgendwie möglich, doch verhindern, dass sie zur Rechenschaft gezogen werden. Aber sie wissen, es sieht richtig schlecht aus. Sie haben das Getreide nicht bezahlt. Sie müssen doch wie Diebe dastehen. Das Geld, mit dem sie bezahlen wollten, es war wieder in ihren Getreidesäcken. Doch dieser Mann, er sagt etwas Außergewöhnliches. Friede euch. Fürchtet euch nicht. Schalom. Friede euch. Ihr seid sicher. Fürchtet euch nicht. Er verkündet ihnen Frieden. Einen Frieden, den sie nicht erwartet hätten. Der Diener erklärt auch die Grundlage dieses Friedens. Warum müssten sie sich nicht fürchten? Warum sind sie geschützt? Warum spricht er ihnen Frieden zu? Euer Gott und der Gott eures Vaters hat euch einen Schatz in eure Säcke gegeben. Euer Geld ist mir zugekommen. Wie bitte? Dieser Mann sagt, Ich verkünde euch Frieden, weil Gott euch Gutes getan hat. Er hat euch einen Schatz gegeben, denn das Silber habe ich entgegengenommen. Ich habe es bekommen. Ihr habt bezahlt. Das, was ihr in euren Säcken habt, muss dann ein Geschenk eures Gottes sein. Der Diener wusste wahrscheinlich, dass Josef das Silber selbst den Brüdern heimlich zurückgeben ließ. Er hat das Getreide auf seine Rechnung genommen und den Brüdern ihr Geld wieder mitgegeben. Doch ihr, durch ihr schlechtes Gewissen, riefen die Brüder voller Angst. Was hat Gott uns da angetan? Denn sie dachten, Gott hat das so gewirkt, damit wir bestraft werden. Doch der Diener erklärt, Gott, der Gott eures Vaters, er hat euch Gutes angetan. Er hat euch versorgt. Die Rechnung ist beglichen. Ihr müsst euch nicht fürchten. Es besteht keine offene Rechnung. Es ist bezahlt. Ihr dürft euch an der Güte Gottes freuen. Diesen Frieden verkündet er dann auch durch entsprechende Taten. Er gibt ihnen ihren Bruder Simeon zurück, der gefangen war. Und er gibt ihnen Wasser, damit sie ihre schmerzenden und dreckigen Füße waschen können. Er versorgt auch ihre Esel. Und er sagt, wenn der Herr kommt, wenn der Herr des Hauses kommt, er will mit euch essen. Die Brüder, sie sind erleichtert. Und sie staunen. Sie können überhaupt nicht verstehen, was hier gerade vor sich geht. Sie hätten mit allem gerechnet, aber nicht damit. Also warten sie auf Josef und sind ganz damit beschäftigt, ihren Präsentkorb mit Gewürzen und Harzen und Honig und dergleichen schön herzurichten. Und ihr Lieben, wir können keinen Frieden aus uns selbst erzeugen. Diese Männer, sie kamen in das Haus und sie waren voller Angst, weil sie wussten, da ist nichts, was wir tun können. Außer irgendwie zu versuchen, zu erklären, wie es zu dieser Situation kam. Nun, es wird so oft gesagt, man muss seinen Frieden mit etwas machen. Ich muss meinen Frieden mit dieser Situation machen. Aber die Bibel zeigt uns etwas anderes auf. Wir können keinen Frieden mit uns selbst machen, für uns selbst machen. Frieden muss verkündet werden. So wie der Diener hier es tat gegenüber den schuldbeladenen Brüdern, Als Sünder können wir keinen Frieden mit Gott machen. Aber Gott hat es so in seinem Plan bestimmt, dass Sündern Frieden verkündet werden soll. Das ist der Grund von Gemeinde. Das ist der Grund der Predigt des Evangeliums. Frieden soll verkündet werden. Die Botschaft, die allein wahren Frieden verkündet, ist das Evangelium, das von den Kanzeln gepredigt wird. Friede euch! Fürchtet euch nicht! Die Rechnung ist bezahlt. Das, was ihr vor Gott schuldig seid, Christus hat es bezahlt für die Seinen. Gott selbst hat euch einen Schatz gegeben, seinen geliebten, eingeborenen Sohn der Gerechtigkeit gewirkt hat, ein vollkommen sündloses Leben gelebt hat und sich selbst hingegeben hat als Bezahlung für unsere Schuld. Und wir, wir sollen etwas Kostbareres empfangen als alles Silber und Gold dieser Welt, seine Gerechtigkeit. Du wirst keinen Frieden mit Gott finden, indem du erklärst, dass du doch eigentlich gar nicht so ein schlechter Mensch bist. Oder, dass all die Fehler in deinem Leben eher ein Missverständnis waren. Oder, indem du auf andere zeigst, die vielleicht noch schlimmer gelebt haben als du. Oder, dass du sagst, dass du auch nicht weißt, wie alles so schief laufen konnte. Nun, so wie diese Brüder erklären so viele Menschen, versuchen sie irgendwie am Eingang des Hauses zu erklären, dass sie keine Strafe verdient hätten. Und ja, du hast versucht, auch damit dein Gewissen zu beruhigen, aber das hilft dir nicht vor Gott. Und an der einzige Weg, Frieden mit Gott zu finden, ist durch den, ist durch das, was Gott selbst tut. Der einzige Friede, den du finden kannst, ist der, den Gott dir gibt, nicht den du erzeugst. Er versorgt uns mit der Gnade, bei dem Herrn ist Rettung. Bei dem Herrn ist Rettung. Hast du die Botschaft des Friedens jemals wirklich gehört und verstanden? Ihr Lieben, es ist so wichtig, so wichtig. Hast du verstanden, was die Grundlage echten und anhaltenden Friedens ist? Hast du verstanden, warum Jesus seinen Jüngern sagen konnte, Friede euch, fürchtet euch nicht. er ist gestorben und er ist auferstanden. Und darum konnte er sagen, Friede euch, fürchtet euch nicht. Es ist vollbracht. Er ist unser Friedefürst. Wer dem Evangelium glaubt und das Wort aufnimmt, der erfährt, wie mit dem Frieden auch eine ganz neue Dynamik ins Leben kommt. Ja, die Predigt des Evangeliums ist nicht im Wort allein, sondern Paulus sagt, auch in Kraft und großer Gewissheit. Es ist nicht nur eine Botschaft des Friedens, die wir in unserem Verstand aufnehmen sollen, sondern der Frieden hat eine Kraft, die unser Leben verändert. So wie Simeon aus dem Gefängnis kam, so erleben wir durch den Glauben auch Befreiung, Veränderung. So manche Sünden, in denen wir so verstrickt, so gefangen waren. Sie verlieren ihre Kraft durch die Erkenntnis Jesu, durch Jesus Christus, der uns nahe kommt und sagt, Friede dir, fürchte dich nicht, ich befreie dich. Vielleicht dachtest du, du wirst niemals herauskommen aus deiner Sucht oder ob nach Alkohol oder Spielen oder Vergnügen oder Selbstruhen. Vielleicht bist du so verstrickt und so gefangen in sexueller Perversion oder Gier nach Geld und du denkst, in diesem Bereich werde ich niemals frei sein. Ich habe alles versucht, was ich konnte, all meine Kraft aufgewandelt. Ich werde nicht frei. Doch Gott gebraucht sein Wort, um dich von so manchen Sünden und schmutzigen Gewohnheiten zu befreien und wir haben es heute Morgen in dem Zeugnis von Tim gehört. Gott hat mich verändert. Gott hat mich befreit. Gott hat mir einen Frieden zugesprochen, den ich vorher nicht kannte. Und wie das Wasser für die Füße, so dient auch das Wort zur Heiligung. Christus reinigt seine Gemeinde im Wasserbad des Wortes, damit wir, obwohl wir in dieser gefallenen Welt leben, dennoch mit dem Herrn wandeln können. Dass wir lernen, was dem Herrn gefällt und dass wir verstehen, oh, diese Art zu reden, diese Art zu denken, diese Form zu handeln, das gefällt dem Herrn nicht. Und ich lerne, mich davon zu reinigen, so wie man die Füße reinigt, nachdem man über eine staubige Straße gegangen ist. Wir sollen lernen, uns zu reinigen und auch einander zu reinigen. Und Christus, er gibt uns dieses wunderbare Bild in Johannes 13, wo er sich selbst hinkniet und seinen Jüngern die Füße wäscht. Und so gebraucht Gott sein Wort, auch um die, die er schon zu sich gerufen hat, seine Jünger zu reinigen, zu heiligen. Unser ganzes Denken und das, wonach wir uns sehnen, ist nicht mehr bloß irgendwie aus der Gegenwart Gottes zu fliehen, bloß irgendwie nur das zu holen, was ich brauche und dann schnell wieder weg, sondern wir wollen uns reinigen und heiligen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben, um mit ihm zu essen, um bei ihm zu sein. Und durch das Wort stärkt der Herr auch uns mit neuer Kraft. Dieser Diener des Hauses erfütterte die Esel der Brüder, damit sie gestärkt werden, um auf dem Rückweg die Last zu tragen. Die Verkündigung des Friedens stärkt auch uns als Gläubige, damit wir mit neuer Kraft die Lasten tragen können, die der Herr uns in dieser Zeit auferlegt. Matthew Henry, der Bibelkommentator, er schreibt, Jakobs Söhne zogen zum zweiten Mal nach Ägypten hinab, um Getreide zu kaufen. Wenn wir jemals erfahren sollten, was eine Hungersnot des Wortes bedeutet, dann sollten wir es nicht für übertrieben halten, für geistige Nahrung so weit zu reisen, wie sie es für leibliche Nahrung taten. Wir haben hier einige Geschwister, die jeden Sonntag einen weiten Weg fahren, um hier am Gottesdienst teilzunehmen, um in dieses Haus hier einzutreten. Warum? Warum all der Umstand? Warum all die Zeit? Weil sie hungrig sind nach dem Wort des Friedens, nach der Verkündigung des Evangeliums, weil sie etwas erfahren haben von der Kraft des Wortes Gottes, das verkündet wird den Gläubigen, das verkündet wird den Seelen, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Die Predigt ist so bedeutend, so wichtig, ist die Verkündigung des Friedens, des Friedens mit Gott und was es bedeutet, Frieden mit Gott zu haben. Glaube an den Herrn Jesus Christus, vertraue dich ihm an, er ist unser Friede. Und drittens die Prüfung des Friedens. Wir lesen ab Vers 26 Als Josef nach Hause kam, da brachten sie ihm das Geschenk, das in ihrer Hand war, ins Haus und warfen sich vor ihm zur Erde nieder. Er aber fragte nach ihrem Wohlergehen und sagte, geht es eurem alten Vater wohl, von dem ihr sprach, lebt er noch? Sie sagten, es geht deinem Knecht, unserem Vater wohl, er lebt noch. Und sie verneigten sich und warfen sich nieder und er erhob seine Augen und sah seinen Bruder Benjamin, den Sohn seiner Mutter und sagte, ist das euer jüngster Bruder, von dem ihr zu mir gesprochen habt? Und er sprach, Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Und Josef eilte hinaus, denn sein Innerstes wurde erregt über seinen Bruder und er suchte einen Ort zu weinen und er ging in das innerste Gemach und weinte dort. Dann wusch er sein Gesicht und kam heraus, bezwang sich und sagte, trag das Essen auf. Da trug man für ihn besonders auf und für sie besonders und für die Ägypter, die mit ihm aßen besonders, denn die Ägypter konnten nicht mit den Hebräern essen, denn ein Gräuel ist das für Ägypter. Und sie saßen vor ihm, der Erstgeborene nach seiner Erstgeburt und der Jüngste nach seiner Jugend. Da sahen die Männer einander staunend an und er ließ ihnen von den Ehrengerichten vor ihm auftragen. Das Ehrengericht Benjamins aber war fünfmal größer als die Ehrengerichte vor ihnen allen und sie tranken mit ihm und berauschten sich. Die Prüfung des Friedens. Nun kommt Josef selbst in sein Haus zu Mittag. Die Brüder werfen sich alle zweimal zu Boden, um ihre Ergebenheit ihm gegenüber zu demonstrieren. Sie demütigen sich und sie bestätigen, dass sie Josef als Herrn anerkennen. Ja, du hast hier das Sagen. Und hier erfüllt sich der alte Traum, den Josef hatte. Nämlich, dass die elf Getreidebündel seiner Brüder sich vor seiner Gabe verneigen. Und hier beugen sich tatsächlich alle seine elf Brüder, inklusive Benjamin, vor ihm nieder. Das Wort Gottes erfüllt sich, das zwischenzeitlich so unmöglich schien. Und das Erste, was wir von Josef hören, ist, dass er nach ihrem Wohlergehen fragt. Und wisst ihr, wie Hebräer gefragt haben, ob es einem gut geht? Sie fragten nach ihrem Frieden. So auch hier. Wir könnten genauer übersetzen, er aber fragte nach ihrem Frieden und sagte, hat euer Vater Friede? Das Wort Shalom kommt hier recht häufig vor. Habt ihr Frieden? Hat euer Vater Frieden? Und sie sagen, ja, unser Vater hat Frieden. Dieses Wort Frieden, es kommt hier in diesem Text häufiger vor, als man vielleicht beim ersten Blick bemerkt. Josef erkundigt sich nach ihrem Frieden. Also geht es euch wirklich gut? Geht es euch wirklich gut? Nicht nur ist gerade kein Krieg in eurem Land, sondern seid ihr vollständig. Geht es euch wohl? Was inneren und äußeren Frieden bedeutet? Nun, sie sind tatsächlich mit dem jüngsten Bruder Benjamin gekommen, wie er es verlangt hatte, aber bei ihrer Vergangenheit, wie sie damals mit Josef selbst umgegangen ist, ist die Frage durchaus berechtigt, lebt euer Vater noch? Josef erkundigt sich hier, ob Jakob den Brüdern wirklich seinen jüngsten Sohn Benjamin anvertraut hat? Oder ob sie ihn überwältigen mussten? Oder ob er vielleicht in der Zwischenzeit gestorben ist und sie deswegen nicht sich mit ihm auseinandersetzen mussten? Lebt euer Vater noch? Haben sie sich ihre Chance auf Nahrung durch Gewalt oder Leid erzwungen oder konnten sie ihren Vater tatsächlich friedlich überzeugen Benjamin mitzusenden? Zu Beginn dieses Kapitels lesen wir davon, wie Judah seinen Vater mit viel Weisheit und großer Verantwortung tatsächlich überzeugen kann, weil sich etwas verändert hat in seinem Denken und seinem Handeln. Doch Josef erprüft den scheinbaren Frieden auch noch auf eine andere Weise. Er lässt die Brüder vor sich an einem Extratisch genau nach ihrem Alter sitzen. Unser Text betont auch den Grund, sie saßen vor ihm, der Erstgeborene nach seiner Erstgeburt und der Jüngste nach seiner Jugend. Der Älteste, in dem Fall Ruben, er saß zu Beginn an dem einen Ende des Tisches, denn er war der Erstgeborene und bekommt den ersten Rang wegen seiner Erstgeburt oder wir könnten sagen entsprechend dem Erstgeburtsrecht. Und so saßen sie alle genau der Reihe ihrer Geburt nach bis zu allerletzt Benjamin der Jüngste am Tisch saß. Und das wird schon für ordentlich Verwunderung gesorgt haben, denn woher wusste dieser Mann in Ägypten genau die Geburtsreihenfolge der elf Brüder? Das war wohl kaum zufällig, oder? Nun, zur damaligen Zeit war das Alter nicht nur wichtig, weil man irgendwie einen Führerschein machen wollte oder so, sondern der Älteste hatte die meisten Rechte und bekam den größten Teil des Erbes und je jünger ein Sohn, desto geringer seine Privilegien. Sie sitzen also da, staunen darüber, dass sie genau nach ihrer Erbreihenfolge da sitzen und dann schauen sie alle an das Tischende, da wo der Jüngste sitzt, Benjamin. Und Josef lässt dem Allerjüngsten, der ganz am Ende des Tisches sitzt, die fünffache Portion der Speisen bringen, fünfmal mehr als allen anderen Brüdern. Nicht die anderthalbfache Menge, so dass man sagen kann, ach, da wurde ein bisschen zu kräftig ausgeschenkt, das war vielleicht ein Versehen, nein, die fünffache Menge, ausgerechnet dem Allerjüngsten. Hätte es der Älteste bekommen, hätte sich keiner gewundert. Aber der Jüngste, die fünffache Menge? Nun damit prüft Josef, wie diese Brüder mit einer alten und tiefen Wunde umgehen. Jakob, ihr Vater, hatte damals auch Josef vor den anderen Söhnen bevorzugt, sichtbar bevorzugt. Er bekam diesen bunt gewirkten Mantel und er hatte in allem den Vorteil. Und das war der Grund, warum sie ihn so hassten, denn unter den Brüdern herrschte ein großer Konkurrenzkampf. Und der zweitjüngste damals, er wurde behandelt wie der Erstgeborene. Ja, das Erstgeburtsrecht, es war schon ein großer Streitpunkt zwischen Jakob und seinem Bruder Esau. Und auch in der nachfolgenden Generation sorgt es hier für Spannungen. Und die Brüder, sie waren neidisch auf diese besondere Gunst, die ihr junger Bruder Josef erhielt. Jakob liebte die beiden Söhne Rahels mehr als seine anderen Söhne. Und er macht dann sich noch nicht mal Mühe, das irgendwie zu verbergen. Und wisst ihr, es gibt einen Scheinfrieden. Auch unter denen, die sich Christen nennen. Alles wirkt äußerlich gut und fromm. Wir kommen hier zum Gottesdienst und sind alle fein angezogen und reden höflich und freundlich. Wir reden davon, dass es uns gut geht, dass wir Frieden haben, dass wir zu Gott gehören. Aber dann kommt eine Situation, die uns ärgert. Dann kommt ein Kommentar, irgendwie ein Satz, der uns triggert. Der erinnert uns an etwas, was wir erlebt haben. Er reißt einen alten Schmerz wieder auf, eine alte Wunde. Und plötzlich kommt etwas in uns hervor, was überhaupt nicht zu unserem Bekenntnis passt. Überhaupt nicht zu dem Glauben an Gott. Wir sind plötzlich überhaupt nicht mehr in der Lage, uns zu demütigen und einen anderen höher zu achten als uns selbst. Und fragt man nach der Beziehung zu Gott dem Vater, dann kann man kaum antworten, denn es herrscht eigentlich gar kein wirklicher Friede. Der größte Test ist, wie verhalten sie sich in Konfliktsituationen. Da, wo die alten Sünden so schnell hervorkommen. Und wisst ihr was? Die Gemeinde ist so ein Ort. Ein Ort, wo wir konfrontiert sind mit Situationen, mit Schwachheiten, mit Ungerechtigkeiten, die uns nur zu leicht ärgern und zornig machen. Denn wir, die wir hier zu dieser Gemeinde gehören, wir sind erneuert durch Gott. Aber da sind noch Sünden in uns. Da sind noch Schwachheiten. Da sind noch Fehler. Und wir stoßen einander. Und wir missverstehen einander. Und wir ecken manchmal an. Und Gott weiß das. Und dennoch hat er gesagt, wir sollen uns in einer Gemeinde versammeln. Denn hier zeigt sich, ob der Friede wirksam ist in deinem Leben. Hier zeigt sich, ob sich wirklich etwas verändert hat in deinem Leben. Oder ob es nur gut geht, solange alles äußerlich friedlich bleibt und ruhig. Jesus selbst sagte, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Und er sagt das, weil das kein Automatismus ist. Weil das eben nicht das ganz Selbstverständliche, das ganz Natürliche ist. Sondern genau das, was die übernatürliche Kraft des Geistes Gottes in uns braucht. Herrscht wirklich noch die alte Selbstsucht, der verbitterte Neid, das harte Streben nach Macht und Autorität unter den Gläubigen? Wird noch in der gleichen Weise gelästert? Schlecht übereinander geredet und gedacht? Herrscht noch die gleiche Sucht nach Autorität und Macht und über andere bestimmen zu können? Ja, es gibt einen falschen Frieden. Sogar in Gemeinden. Es gibt einen falschen Frieden da, wo gesagt wird, Friede, Friede, aber da ist kein Friede. Weil Gott die Herzen nicht erneuert hat. Weil man zwar gehört hat, eine Predigt von Frieden, aber es keine Wirkung hat im Leben. Doch wahrer Friede wird in dem Leben der Gläubigen und in der Gemeinde, im Zusammenleben der Gemeinde bestätigt und bewährt. Wo wir uns im Gehorsam gegenüber Christus beugen und sein Wort erfüllen. Da, wo wir einander lieben und fördern, selbst wenn es Letzte gibt, die Erste sind. Und Erste, die Zuletzten werden. Oh, wie haben sich so manche zur Zeit Jesu aufgeregt, dass die, die so verachtet waren, Zöllner oder Prostituierte, und Jesus sagt, sie gehen vor euch hinein in das Reich Gottes. Jesus, die, die Letzte waren, sie sind zu Ersten geworden. Und die, die so sehr auf ihre eigene Gerechtigkeit, auf ihre eigenen Werke, auf all das, was sie tun, vertraut haben, die von allen in ihrer Gesellschaft als die Ersten, als die Obersten angesehen waren. Und Jesus sagt, sie sind Letzte. Bei ihnen hat es am meisten gebraucht, bis sie erkannt haben, was es heißt, auf Gottes Gnade zu vertrauen. Nun, so ist der Zustand von der Gemeinde. So manche Verhältnisse sind umgekehrt. Und bewahrst du Frieden in der Gemeinde? Wenn ein junger Mann für seine Erkenntnis und seine Gaben gelobt wird, obwohl ich schon viel länger Christ bin und auch schon viel länger zur Gemeinde gehöre, ist Frieden da. Paulus schreibt in Titus 3, wie Titus in den Gemeinden Kretas den Frieden prüfen soll. Erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Denn einst waren auch wir unverständlich, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns. Ist das eine Realität in deinem Leben? Ist dein Friede echt? Oder ist dein Herz noch genauso selbstgefällig und ungehorsam und stolz wie zuvor? Der Herr wird es prüfen und es wird offenbar werden. Vor allem in der Gemeinde Jesu Christi. Wisst ihr was? Das ist mit ein Grund, warum so viele die Gemeinden meiden. Selbst die, die sagen, ich glaube an den Herrn. Selbst die, die sagen, ich habe Frieden mit Gott. Und man fragt sie, okay, und wo gehst du zur Gemeinde? Ich brauche keine Gemeinde. Nur Gott und ich. Warum? Sie wollen ihren Glauben für sich selbst leben. Und es ist nichts anderes als eine Flucht vor dem schlechten Gewissen. Es könnte offenbar werden, dass mein Leben sich noch nicht so verändert hat, wie es sollte. Es könnte offenbar werden, dass etwas in meinem Herzen noch da ist, was weit entfernt ist von Frieden. Es könnte offenbar werden, dass es mir an Liebe mangelt. Oh, setzt sich der Prüfung des Friedens aus. Wir brauchen einander in der Gemeinde. So wie Josef seine Brüder prüfte, hat sich wirklich etwas verändert. So lasst uns einander in Liebe prüfen und zum Vorschein kommen. Ist der Glaube, ist der Friede echt? Sodass wir den Herrn dafür rühmen können. Und zuletzt der Genuss des Friedens. Das Ehrengericht Benjamins aber war fünfmal größer als die Ehrengerichte vor ihnen allen und sie tranken mit ihm und berauschten sich. Die Brüder, sie bestehen den Test hier. Sie können ehrlich berichten, dass es ihrem Vater gut geht und sie zeigen gar keine Eifersucht mehr. Sondern sie scheinen sich herzlich zu freuen über diese besondere Gemeinschaft. Da ist kein bissiger Kommentar, kein böser Blick, keine empörte Anklage, dass doch Benjamin zu viel bekommen hat. Wir finden hier einige sehr schöne Hinweise darauf, warum dieser Moment so besonders friedlich war. Zum einen der Segen Gottes ist in dem Haus. Josef, immer noch in seiner Rolle als ägyptischer Herrscher, er begrüßt seinen kleinen Bruder Benjamin mit den außergewöhnlichen Worten Gott sei dir gnädig, mein Sohn. Die Gnade Gottes ist die unverdiente Barmherzigkeit gegenüber uns Menschen. Und spätestens hier weiß auch Benjamin, ich habe nichts mehr zu befürchten. In diesem Haus ist der Segen Gottes. Die Gnade Gottes sei mit dir, mein Sohn. Und als Leser erfahren wir noch etwas, was den Brüdern in dieser Situation noch verborgen war. Es war tiefe Liebe in diesem Haus. Als Josef Benjamin sah, da heißt es, da wurde sein Innerstes erregt über seinen Bruder. Und damit es nicht auffällt, eilt er raus in sein Zimmer und weint. Er ist so gerührt, er ist so bewegt davon, seine Brüder endlich wieder zu sehen, seinen jüngsten Bruder, seinen Bruder Benjamin endlich wieder zu sehen. Über 20 Jahre hat er ihn nicht gesehen. Aber sein Herz ist immer noch voller Liebe. Dass er seine Rolle kaum halten kann, sondern er muss hinausrennen, um zu weinen. So bewegt ist er davon, diese Gemeinschaft zu haben. Außerdem gibt es große Privilegien in dem Haus. Die Ägypter, lesen wir hier, aßen nicht mit Hebräern. Also es war ihnen ein Gräuel, etwas Abscheuliches, was man niemals tun sollte. Ein Ägypter, der mit hebräischen Hirten ist, das ist unter der Würde der Ägypter. Sie sahen sich als etwas Besseres an. Und Joseph sitzt auch allein an einem Tisch. Er war ja selber auch ein Hebräer, aber das wussten die anderen Brüder noch nicht. Denn gleichzeitig war er der Herrscher der Würdigste in ganzem Haus. Doch habt ihr bemerkt, was für Speisen die Brüder bekommen? Es heißt hier Ehrengerichte. Das Wort kommt von erheben oder hochheben. Es sind die Speisen, die eigentlich nur die Erhabenen, die Vornehmen, ja die Ehrengäste bekommen. Wie kommt es, dass diese hebräischen Viehhirten, mit denen Ägypter noch nicht mal an einem Tisch sitzen wollen, weil es für sie etwas Abscheuliches ist, etwas unter ihrer Würde, etwas Unreines, dass diese Viehhirten Ehrengerichte bekommen. und er ließ ihnen von den Ehrengerichten vor ihm auftragen. Wisst ihr, was das bedeutet? Sie bekamen die Ehrengerichte, die auf Josefs Tisch waren, die seiner Würde und die seiner Ehre entsprachen. Er ließ ihnen von den Ehrengerichten vor ihm auftragen. Und dann lesen wir noch, dass Gemeinschaft herrscht im Haus. Sie tranken mit ihm, das heißt, die Brüder zusammen mit Josef, dem Herrscher. Ja, sie waren an verschiedenen Tischen, aber er setzte sich so vor sie, dass sie dennoch Gemeinschaft hatten und wahrhaftig mit ihm zusammen trinken konnten. Und zuletzt war echte Freude im Haus. Es heißt hier und sie berauschten sich. Das bedeutet nicht unbedingt, dass sie betrunken waren, aber dass sie so freimütig von dem Essen und dem Trinken nahmen, dass sie voll und fröhlich waren. Wir haben gehört, es wurde extra Schlachtvieh geschlachtet. Sie haben gegessen, sie haben getrunken und das nicht nur ganz sparsam, nicht nur irgendwie ein wenig, sondern sie berauschten sich daran. Sie nahmen viel davon. Sie waren völlig gesättigt. Stell dir mal vor, es herrscht schon seit zwei Jahren Hungersnot. Die letzten Monate haben sie nur das Allernötigste gegessen. So vielleicht den dünnsten Brotfladen, den sie noch backen konnten. Und jeden Tag wurde es immer noch ein bisschen weniger. Nur noch ein halber Brotfladen, nur noch ein Viertel Brotfladen. Und irgendwann war alles aufgebraucht. Und jetzt sind sie hier in diesem Haus. Sie essen und trinken und können fröhlich sein, in friedlicher Gemeinschaft mit diesem geheimnisvollen Mann. Und sie erleben die Fülle. Josef gibt ihnen hier einen Vorgeschmack auf den Frieden, den er sich mit ihnen wünscht. Er gibt ihnen einen Vorgeschmack, was es bedeutet, wenn sie wieder in Frieden versöhnt zusammen sein können. Noch hat er sich ihnen nicht ganz gezeigt, noch verstehen sie nicht völlig, was da vor sich geht, aber er bringt sie auf den Geschmack, wie gut Frieden schmecken kann. Und ihr Lieben, auch die Gemeinde soll so ein Vorgeschmack des himmlischen Friedens sein. Ein Ort, ja, ein Haus Gottes hier auf Erden, wo wir gesegnet werden, durch die Gnade Jesu Christi als Kinder Gottes. Gnade dir, mein Sohn, Gott sei dir gnädig. Ein Ort, wo wir die echte persönliche Liebe Christi erleben, dessen Innerstes bewegt war, als er die Menschen sah. Größere Liebe hat keiner, als der, der sein Leben hingibt für seine Freunde. Er war bewegt, innerlich bewegt, als er das Volk sah, die Waren wie Schafe, die keinen Hirten hatten. Darum hat er in seiner Gemeinde Unterhirten bestellt, um ihnen die Liebe Jesu nahe zu bringen, unseres guten Hirten. Der Apostel Paulus, er schreibt den Philipp 1, Vers 8, denn Gott ist mein Zeug, wie ich mich nach euch allen sehne, mit der herzlichen Liebe Christi Jesu. Die Gemeinde soll ein Ort sein, wo die Liebe Jesu, die echte Liebe erfahrbar ist, spürbar ist. Als Gläubige empfangen wir nicht, was wir eigentlich verdient hätten, aufgrund unserer Sünde, aber Gott, der Vater, schenkt uns alle Segnungen des Himmelreiches in Christus, seinem Sohn, aus Gnade. Die Gemeinde Jesu soll ein Ort sein, voller Segen und Liebe. Wir empfangen die Rechtfertigung, die Adoption, die Erkenntnis, die Bewahrung, das Erbe der Heiligen, ja, den Geist Gottes selbst, alles allein durch Jesus. Es kommt alles von seinem Tisch. Es sind alles die Ehrengerichte, die er selbst verdient hat und uns aus Gnade schenkt. Und auch wenn wir hier noch nicht unvermittelte Gemeinschaft haben mit dem auferstandenen Herrn, so haben wir doch echte Gemeinschaft durch Jesus, durch seinen Geist, durch das Gebet und durch sein Wort. Gott. Aber wir trinken und essen auch in der Gemeinde mit Christus beim Abendmahl. Es ist der Tisch des Herrn, der uns erinnert daran, was der Herr getan hat, um uns seine Liebe zu zeigen und Gemeinschaft mit uns zu bewirken. Und all die Freude, die wir empfinden, wenn wir erfüllt werden durch die kostbaren Lehren Gottes und geistlich gesättigt werden, zufrieden sind. Das soll ein wunderbarer Vorgeschmack sein, den wir erleben. Ein Vorgeschmack auf die Herrlichkeit des Himmels. Jesus vergleicht das Himmelreich, die Freude im Himmel, unter anderem mit einem gemeinsamen Essen, einem Festmahl, wo wir ungetrübt fröhlich sein werden, durch die Gemeinschaft mit unserem Herrn, dem Friedefürst, der uns in sein ewiges Haus einlädt, das voller Segen ist und ganz ohne Furcht. Liebe Geschwister, lasst uns dieses Haus, diese Gemeinde zu einem Vorgeschmack des Friedens bauen, in der Gnade Jesu. Und Tim, wir laden dich heute ein, als neues Gemeindeglied mitzubauen, mitzuwirken und dich mitzuerfreuen an dem Vorgeschmack des Friedens. Lass uns einander helfen und fördern, um zu sehen und zu schmecken, wie freundlich der Herr ist. Amen.